Der Wind ist unglaublich stark. Der Tag heute als Ganzes war ziemlich mühsam, diese lange, lange, lange Strecke. Ich habe Leute gefragt, wo ich da hinkomme und die haben mir da den Weg gezeigt. Eigentlich auch durchgehen in die falsche Richtung. Das macht mir etwas Sorge für die Wüste. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020